So, also das Training für das Skizzieren von Funktionsgraphen ist unser Thema. Nebenbei werden wir noch mal ganz schnell auf solche Sachen eingehen. Wie kann man Flächen berechnen? Aber hauptsächlich geht es uns um Funktionsgraphen. Gegeben sei folgendes. Gegeben, f von x heißt minus x² plus 2, minus x² plus 2x. Entschuldigung. Und die andere, nennen wir sie g von x, sei ganz einfach x hoch 3. So, das Problem ist, gesucht ist, sind die Schnittpunkte, damit wir die Fläche ausrechnen können. Schnittpunkte und a eingeschlossen. So, ja, wie gehen wir jetzt ran? Dann, die Lösung sieht wie folgt aus. Die eine, die g von x ist leicht, sie läuft vom dritten in den ersten Quadranten und macht so einen schönen Schwung. Aber was ist minus x² plus 2, wie kann man da rangehen? Vorschlag, wenn ich solche Funktionen habe, könnte ich den letzten Endes Scheitelpunkt erstmal errechnen und sagen, ja, Scheitelpunkterrechnung geht leicht, da kann ich ja hier irgendwie eine quadratische Ergänzung bilden. Machen wir es uns einfacher. Ich schlage vor, wir suchen erstmal x0. x0 suchen, das bedeutet aber was bei der Funktion? Richtig, 0 setzen. Also, sage ich, 0 ist gleich minus x² plus 2x. Hm, jetzt könnte man versuchen zu raten, das geht. Wenn ich sage, warte mal, wenn ich hier eine 2 einsetze und hier eine 2, dann könnte das klappen. Aber wie ist dann die zweite Nullstelle? Gehen wir so ran, wir klammern aus, denn hier ist idealerweise x auszuklammern. Gibt mehrere Möglichkeiten. Klammern wir mal minus x aus, dann heißt das minus x mal, Klammer auf, es geht so weiter, x plus 2. Nochmal die Probe, minus x mal x ist minus x², minus x mal plus 2 ist minus 2x. Also müssen wir hier drauf achten, ist kein Problem, das kann passieren. Also deswegen immer, das lohnt sich, immer nochmal rückwärts rechnen und dann klappt das auch. Nehmen wir mal an, wir würden folgendes machen, 0 ist gleich und jetzt klammern wir mal nur x aus. Jetzt, Achtung, x mal, und jetzt, was muss ich machen? Kurz gesagt, minus x und jetzt plus 2. Probieren wir das aus. x mal minus x, minus x², x mal 2, jawohl, funktioniert. So, auf jeden Fall sind wir aber in einer glücklichen Lage und können jetzt die erste Nullstelle ausrechnen und zwar, die ist x01 ist 0, genau. x02 ist 2, genau, 2. So, und jetzt sind wir in einer ganz super Lage. Jetzt können wir doch sagen, da ja das eine Normalparabel ist. Eine Normalparabel allerdings nach unten geöffnet. Gucken wir mal, hier steht eigentlich nur ein x² und das Minus sagt, die ist nach unten geöffnet, aber die Funktion selber ist eine Normalparabel, das heißt, wir könnten sie mit einer Schablone zeichnen. Jetzt könnten wir doch Folgendes sagen, weil die ja symmetrisch ist, können wir sagen, dazwischen liegt der x-Wert des Scheitelpunktes. Eigentlich logisch, ne? Wir sagen bloß, der Durchschnitt aus den beiden, 0 plus 2 ist 2, durch 2, ich habe ja nur zwei Werte, ist also xs, wie Scheitelpunkt, ich schreibe mal Schei, Scheit, mache ich so, ist demzufolge plus 1. Wenn ich ys raus haben will, was muss ich machen? Einsetzen, ganz einfach. Damit ich die echte Koordinate, damit ich weiß, wie hoch kommt denn der, ne? Bei 1 kommt er zwar hin, so, y Scheit ist demzufolge, jetzt setze ich die plus 1 ein, entweder ich setze hier oben ein oder ich setze hier eine ungeformte Gleichung ein, immer sicherheitshalber in die Originale, es könnte ja sein, dass ich hier Quatsch gemacht habe. Setzen wir mal eine 1 ein, minus 1 mal 1 ist minus 1, plus 2 mal 1 ist 2, minus 1 plus 2, also auch 1 plus 1. So, bitte? Moment, kleinen Moment. So, demzufolge können wir jetzt folgendes machen, wir können schon mal grob skizzieren, wie muss denn f von x laufen? 1, 1, hier ist f von x und hier ist x-Wert. So, wir haben hier unseren Scheitepunkt, schwupp, und jetzt haben wir noch was Schönes. Wir haben nämlich hier eine Nullstelle und hier eine Nullstelle, eine lineare Nullstelle, nebenbei gesagt. Hier, das ist ein linearer Faktor und das auch, beziehungsweise hier und hier, das sind lineare Faktoren. Das heißt, das Ding muss hier irgendwie durchlaufen. Och, nicht schön, aber muss reichen. Hier bei der 2, denn das war unsere Nullstelle und hier ist 0. Und da klappt das ganz gut. Gut, jetzt mache ich mal in hellerem Blau g von x, hier das hier. Komisch, gut. So, was bei x hoch 3 ganz wunderbar ist, wir haben hier den Nullpunkt und wir haben hier noch einen Punkt und wir haben bei minus 1, minus 1 noch einen Punkt. Warum? Einfach einsetzen. Minus 1 mal minus 1 mal minus 1 ist minus 1. Minus mal minus ist zwar plus, aber dann nochmal minus. Und demzufolge hier, schwupp, läuft das Ding so. Unsere Fläche, diese, die eingeschlossene Fläche, ist also von hier bis hier das kleine Stückchen. Das ist nicht viel. Darauf kam es in der Aufgabe an. Und die Schnittpunkte, die könnte man jetzt hier ablesen. Die sind sogar sehr deutlich ablesbar, weil wir wissen von g von x, hier, das ist g von x, wissen wir ganz genau, die geht durch plus 1, plus 1. Und wir wissen auch, dass unser Scheitelpunkt bei plus 1, plus 1 lag. Und wir wissen auch, dass f von x bei, hier an dieser Stelle, bei 0,0 durchgeht, nämlich eine Nullstelle hat. Und wir wissen auch, dass g von x da durchgeht. Eigentlich sind wir damit schon anhand der Skizze. Aber nicht nur anhand der Skizze, sondern wir sind grundsätzlich mit den Schnittpunkten schon fertig. Das ist eigentlich ganz leicht. Aber zur Sicherheit könnte man das jetzt noch ausrechnen. Ich erspare mir jetzt den Rest, denn das ist pures Einsetzen, pures Hinschreiben, wenn wir hier irgendwie eine Fläche suchen. Uns kommt es ja heute darauf an. Ich sage mal, Training für das Skizzieren von Funktionsgrafen. Das ist eigentlich unser Thema. So, nehmen wir eine nächste Funktion. Ich lasse mir jetzt irgendwie beliebig welche einfallen. Wenn ihr welche habt, wo ihr sagt, damit komme ich gar nicht zurecht, ihr seid dran. Das ist euer Teil heute. Also, das wäre unser zweites Stück. Ich sage mal, f von x sei x plus 7 in Klammern zum Quadrat minus 2. Was können wir hier grundsätzlich ablesen? Ganz genau, das ist die Scheitelpunktsform. Denn wir können hier an der Stelle ablesen und an der Stelle und zwar hier den x-Wert, allerdings den verkehrt rum nennen. Also, wir müssen das Ganze negativ sehen. Das heißt also, xs, Scheitelpunkt meine ich damit in diesem Fall, ist gleich minus 7. Der ist verkehrt rum. Und hier ist y, Scheitelpunkt, ist gleich minus 2. Den darf man direkt ablesen und den muss man umdrehen, vorzeichenmäßig. Egal, was hier drin steht. Wenn ihr minus 7 Stunden, wäre es plus 7. Naja, jetzt wird es leicht. Was sieht man noch an dem Ding? Was ist es noch? Das ist eine ganz normale quadratische Funktion. Das ist wieder eine Normalparabel, die sich daraus ergibt. Das sieht man an folgendem. Wenn ich dieses Ding jetzt hier mal ausmultipliziere, dann heißt die f von x ist gleich, und jetzt kommen wir zur binomischen Formel, x², jetzt kommt plus 2ab, plus, das dürfen wir immer abschreiben, 2 mal 7 ist 14, x, und jetzt 7 mal 7 ist 49, plus 49, aber 49 minus 2. Hier die minus 2 müssen wir natürlich mitschleppen. Aber man sieht hier vorne, es ist ein pures blankes x², wunderschön. Also kann überhaupt nichts passieren. Demzufolge können wir das Ding so skizzieren. x, f von x, wie immer. Also, da das bei bis 7 geht, ach so, und nebenbei noch was. Bei 45 kreuzt dieses Biest die y-Achse. Wenn ich jetzt hier eine 1 hinschreibe, hier und hier, dann bin ich schlecht beraten. Machen wir es mal gleich so. 25, 50. Warum? 25, 50. Ganz einfach. Ich habe hier bei 45, habe ich den Schnittpunkt mit der y-Achse, hier, bei 47, 49 minus 2. So, aber ansonsten wird da eine Normalparabel angelegt. So, und jetzt die Koordinaten, minus 7. Naja, jetzt wird es ein bisschen piepelig, weil ich ja so einen bösen Maßstab hier genommen habe. Minus 7, minus 2, also naja, dann wäre das hier irgendwo, hier wäre unser, ja, aber jetzt geht es los. Minus 7, minus 2. Ist die noch oben geöffnet? Ja, denn hier vorne steht nichts davor. Hier vorne steht nichts davor. So, aber der Schnittpunkt mit der y-Achse ist Wahnsinn. Das ist jetzt, das muss man sich alles von Ferne betrachten, das Ding sieht so aus. Hier ist die Kreuzung. Hm, ist verrückt. Ich hätte es ein bisschen größer machen sollen, um einen besseren Maßstab zu wählen. Also hier bei 45, da ist mein y0. Äh, bei 47, Entschuldigung. Da ist mein y0. Die Frage ist berechtigt, natürlich, x² plus 14x plus 47, was ist mit der 14x? Die beeinflusst mich nicht. Die ist nicht schlimm, wenn ich das Ding nämlich wieder als Scheitelpunktsform sehe. x², das gibt mir den Kurvenverlauf vor. Das ist was anderes als ein Drittel x², komme ich gleich zu. Oder ein Halb oder sowas. Hier in diesem Fall sage ich, das ist ein Normalparabel. Einfach hier aus der Scheitelpunktsform die Scheitelpunktskoordinaten ablesen, eintragen, fertig. Over. Kommen wir zum dritten Beispiel. Jetzt eine ganz einfache Geschichte. f von x sei ein Viertel x². Oder x² Viertel, könnte ich auch schreiben. Ich lasse das mal ganz einfach so. Ich nehme jetzt keine Verschiebung vor. Dann muss ich mir über folgendes klar werden. Das hier, also mein schöner Parabel, wie ich sie kenne, wie ich sie auch mit der Schablone anlegen kann, das wäre f von x sei x². Steht hier aber ein Faktor davor, ein Koeffizient davor, der kleiner als 1 ist, dann wird das Ding gestaucht. Das sieht wie folgt aus. Also wegen des ein Viertels. Jetzt könnte ich eine Wertetabelle nehmen und könnte sagen, mit Wertetabelle geht das alles viel besser. Ich nehme jetzt mal ohne irgendwelche besonderen Bezeichnungen, bloß um das klar zu machen, ein Viertel x². Ist gestaucht, ist wesentlich flacher. Nehme ich mal gleich zu dieser Aufgabe dazu passend, f von x sei 4x². Dann kann ich gleich, ohne groß drüber nachzudenken, mit Wertetabelle ging es natürlich, f von x gleich 4x². Das ist eine gestreckte Parabel. Also immer auf den Koeffizienten gucken, hier vorne steht da, was vor dem x² steht. Wenn ich den wegbombardiere, weil ich eine PQ-Formel anwenden will oder sowas, das hat dann nichts mit dem Kurvenverlauf zu tun. Da rechne ich Nullstellen, mache allerlei Quatsch damit. Aber hier, auf solche Dinge kommt es an, da muss ich aufpassen. Ist der Koeffizient größer als 1, wird sie gestreckt. Ist er kleiner als 1, wird sie gestaucht. Ist er unter 0, dreht sich die ganze Sache um. Machen wir das gleich noch in einer anderen Farbe. f von x ist minus 4x². Dann ist die genauso gestreckt wie die dunkelgrüne, aber sie guckt nach unten. Der Wert hier vorne ist betragsmäßig größer als 1, betragsmäßig. Aber das Minus zeigt mir, dass das Biest ist nach unten geöffnet. Gleich noch in Knallrot. f von x sei minus 1 Viertel x². Dann habe ich wieder eine gestauchte, aber nach unten geöffnet. Jetzt brauche ich nichts dran zu schreiben, dann sieht man an, der Farbe hätte ich gleich so machen können. So, bis dahin, Fragen? Gut, bis dahin geht das alles. Und wir machen jetzt nochmal auf vielfachen Wunsch wieder sowas. Oh, jetzt muss ich mal nachdenken. Kleinen Moment. Ich mache mal folgende Nebenrechnung. f von x sei x minus 4 in Klammern mal x plus 3. Das sind Linearfaktoren. Was sehe ich hier sofort ohne großen Aufwand? Die Nullstellen, ne? Und ich mache das deswegen, damit ich uns eine Gleichung basteln kann, die wir dann wieder skizzieren, dessen Graphen wir wieder skizzieren wollen. Jetzt ausmultiplizieren. x mal x, x², x mal 3 ist 3x, minus 4x, minus 12. Zusammengefasst ist das x² minus x, minus 12. Ach, 12 ist mir wieder ein bisschen groß, aber ist egal. Das ist nicht so schlimm. So. Also, wir konnten hier gleich die Nullstellen ermitteln. Ich habe uns eine gebastelt, aus der man auch was machen kann. So, wenn ich die skizzieren will, wäre es nicht schlecht, wenn ich die Nullstellen ermittle. Das kann ich wie folgt machen. Das kann ich aus der pq-Formel ermitteln und so weiter und so fort. Wir wissen schon, jetzt nehmen wir mal an, wir hätten die pq-Formel. Also, pq ergäbe folgendes. Das eine war 3 und das andere minus 4, ne? Ne, wie war die? x01 war, glaube ich, 3 und x02 minus 4? Ne. Eins von beiden war minus. Hieß die minus 4 hinten? x minus 4 mal x plus 3. x minus 4 mal x plus 3. Aha, x minus 4 mal x plus 3. Naja, x plus 3, also muss ich so machen. So. Ja, okay. Gut, also wir haben das jetzt eben mit Linearfaktoren gemacht, ist egal. Aber, wie kommen wir auf den Scheitelpunkt? Jetzt könnte ja jemand sagen, wenn er zuerst die pq-Formel ermittelt hat, wie könnten wir ganz schnell auf den Scheitelpunkt kommen? Ohne, dass wir mit quadratischen Ergänzungen rumfummeln müssen. Nochmal Pause. Ja, ganz genau. Wir brauchen eigentlich bloß beim Scheitelpunkt, äh, nochmal, entweder ich überführe das ganze Gerät in die Scheitelpunktform, dann habe ich natürlich auf einen Schlag die Scheitelpunkt-Koordinaten oder ich sage, komm, minus 3 und plus 4 dazwischen. Der Abstand, wie groß ist der? Ja, vorsichtig, der Abstand ist 7. Also, bei 3,5, beziehungsweise ich muss hier 3,5 abziehen. Bei 0,5 ist der Scheitelpunkt. Man sieht noch, das stimmt. x-Scheitelpunkt müsste bei 0,5 sein. Da ich jetzt sowieso wieder einsetzen müsste, 0,5 mal 0,5, minus 0,5, minus 12 und so weiter, müsste ich die Scheitelpunkt-Koordinaten sowieso wieder ausrechnen. Also können wir das gleich in die Scheitelpunktform überführen. Wir sagen also, f von x ist, wir brauchen diese Form hier. Das heißt, wir müssen, ich mache mal die minus 12 ein bisschen weiter nach hinten, ganz absichtlich. Ich schreibe mal die minus 12 hier hin. Wir müssen hier und hier einen Schwindel einfügen, damit wir das ganze Ding in diese Klammerform überführen können. Erinnert euch. So, das geht eigentlich einfach. Aus dem ersten x² mache ich ein x, durch Wurzeln. Das Minus darf ich abschreiben. Und jetzt, was steht hier? Was steht jetzt hier vor dem Minus x? Wenn ich die binomische Formel anwende, die zweite. Ausführlich? Ganz einfach. Guckt nochmal nach. Ich habe auch eine Übung reingestellt, das war mit den neunten. Das wird gerne vergessen. Hier steht doch, das hier ist minus 2ab. Hier steht mein a². Und hier muss dann plus b² hin. Jetzt habe ich hier schon ein a draus gemacht. a² gewurzelt ist a. Das Minus darf ich abschreiben. Und jetzt steht hier, minus x ist minus 2ab. Jetzt eine ganz einfache Vorgehensweise. Also ich schreibe einfach das minus x, also hier oben drauf und teile durch 2 und durch x. Ich schreibe das hier oben drauf. Nochmal zur Erinnerung. Wenn ich sage, ich möchte aus 2ab, möchte ich nur das b extrahieren, dann muss ich ja durch 2 und durch a teilen. Logisch? Und das ist das. Ich habe hier, egal wie das heißt, ganz egal wie das steht, das gilt, dass x ist 2ab. Also muss ich durch 2, das kommt ja von der binomischen Formel, diese Olle 2, muss ich dadurch teilen und durch meinen a teilen. Und a heißt x. Und wenn ich das jetzt kürze, steht hier nur noch, das gekürzt ist 1, 1, also 1 halb. Ich mache das mal wieder weg. Dann können wir hier nämlich 1 halb reinschreiben. Da kann man die verrücktesten quadratischen Ergänzungen damit bilden. Ist also 1 halb. Und 1 halb mal 1 halb ist 1 viertel. Hier muss also rein. Plus 1 viertel. Jetzt hätte ich den grünen Teil hier eingeklammert. Aber das ist Betrug. Ich habe nämlich plus 1 viertel einfach dazu gemacht, obwohl es nicht da stand. Ich muss 1 viertel wieder abziehen. Und das heißt, ich muss hier 1 viertel abziehen. Und die Olle minus 12, die ja vorher noch stand, diese hier, die muss ich dazu nehmen. Das heißt also, hier insgesamt das hier und hier. Hier kann ich sagen, der Scheitelpunkt liegt bei x-Scheitelpunkt, ist 1 halb. Und hier minus 12, minus ein weiteres Viertel ist minus 12,25. Y-Scheitelpunkt ist also minus 12,25 oder minus 12 ein Viertel, aber lieber so. Und siehe da, das hat funktioniert. Und durch Einsetzen hätte ich es auch hingekriegt. Wer total unsicher ist, der nimmt hier den Abstand. Achtung, nicht einfach sagen, minus 3 plus 4, das ergibt nämlich plus 1. Und dann durch 2 teilen ist 0,5. Das geht. Aber man muss sich klar sein, was da passiert. Man muss wissen, dass es der Abstand zwischen den beiden ist. Gut. Noch Fragen bis dahin? Jetzt kann ich skizzieren. Wupp. Shit. Ja, jetzt gucken wir mal. Minus 12,25 ist der Scheitelpunkt y-mäßig. Naja gut, das ist nicht schlimm. Machen wir hier 5 und 10 draus. Und hier auch 5 und hier ist 10. Hier sei f von x. Hier sei x. Also, zack, zack und noch ein bisschen weiter. Und ganz knapp in blau. Minus 12,5 ist ungefähr hier. Und x-mäßig sind wir ganz knapp an der y-Achse bei diesem Maßstab. Also ist hier unser Scheitelpunkt. Ist das Ding nach oben geöffnet? Ja. Hier steht nichts weiter. Und den Kreuzungspunkt mit der y-Achse, den kann man in diesem Fall ja auch ganz leicht ablesen. Wo steckt der? Bei minus 12 genau. Also geht die gleich hier durch und läuft ungefähr so. Die Nullstellen hatten wir bei minus 3 und 4. Also habe ich den zu luschig gemalt, den Graphen. Hier wäre die Nullstelle und hier eine Nullstelle. Also hier das klappt und hier klappt es auch. So. Sieht nicht schön aus, weiß ich. Aber wie gesagt, mit anderen Kollegen Rücksprache gehalten bedeutet das das. Ich mache kurz Pause. Ja, na klar. Die Frage ist berechtigt. Wie komme ich auf dieses Olle ein Viertel? Ganz einfach. Wenn ich mir jetzt mittels quadratischer Ergänzung das minus 1,5 bearbeitet habe und dann minus 1,5 mal minus 1,5 nehme. Das ist nämlich mein b hier. Und hier muss b² hin. Da muss ich plus ein Viertel draus machen. Ist da ein klar? Es ist aber, wie gesagt, es ist aber Betrug gewesen. Wenn ich plus ein Viertel dazu schreibe, muss ich auch gleich ein Viertel wieder abziehen. Sonst hätte ich wertmäßig an der Gesamtgleichung was geändert. Der grüne Teil ist das, was ich einklammern kann. Einklammern mittels binomischer Formel. So, und meinen Betrug muss ich auf der linken Seite, habe ich ihn zwar aufgehoben, aber ich muss auf der rechten Seite wieder das Abziehen, das Ausgleichen des Betruges, hier minus ein Viertel wieder dazu schreiben. Ja? Gut. Wie kann man das üben? Übung geht so. Na. Übung. Erster Schritt. Ihr macht folgendes. Ihr lasst euch einfach was einfallen, was nicht zu groß werden kann. Ihr sagt einfach, meinetwegen x plus 1 mal in Klammern x plus 2 soll f von x sein. Bastelt euch hier mittels Multiplikation, bastelt ihr euch eine Funktion und wischt das dann wieder weg. Also, ausmultiplizieren, x² plus 2x plus x plus 2 ist f von x. Und dann sagt ihr, okay, zweiter Schritt, jetzt bastelt ihr, hier, das kann man ja zusammenfassen, bastelt ihr daraus x² plus 3x plus 2 soll f von x sein. Und dann fangt ihr an und macht diesen ganzen Quatsch hier, was ab viertens in schwarz und blau und so weiter steht, macht ihr den ganzen Käse nochmal. Bevor ihr das wegwischt, würde ich mir hier schon mal die Nullstellen hinschreiben. Weil PQ-Formeln müsst ihr nicht unbedingt üben. Wer will, kann sich hier nochmal mit der PQ-Formel beschäftigen. Schadet übrigens gar nicht. Also, wer Lust hat, der sagt, okay, dann mache ich mir hier nochmal eine PQ-Formel und überprüfe mal, ob ich das mit den Nullstellen auch richtig kenne. So, und dann, kleinen Moment, dritter Schritt heißt also, wie unter viertens ausrechnen und skizzieren. Kleinen Moment, ich mache gleich Pause. Ja.